Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Papenburg Map im LS22. Ich hoffe die Technik funktioniert. Ja, dürfte zumindest funktionieren. Ja, das sieht gut aus. Habe ich ja wenigstens alles richtig gemacht. Den Stream heute Morgen musste ich leider abbrechen, weil meine Frau die Internetleitung brauchte, weil sonst kann sie nämlich nicht arbeiten. Sie ist ja immer noch im Homeoffice, was sich glaube ich auch die nächsten paar Monate nicht ändern wird, da wir ja auch immer noch feststecken. Zumindest die Welt auch immer noch so ein bisschen stillsteht. So, wir haben aber im letzten Stream hier fleißig Ballen gepresst, haben auch den Ballen Sammelwagen schon mit. Ich möchte aber jetzt eben die Spritze umsetzen, beziehungsweise die Mission hier zu Ende machen, damit wir einen neuen Auftrag annehmen können, weil der Helfer so ein bisschen, naja, bei solchen Feldern nicht allzu hilfreich ist. Wenn wir auf der Karte gucken, wir sind hier auf Feld 72, das kriegen die Helfer leider nicht so ohne weiteres hin, aber ich möchte ihn gerne wieder alleine arbeiten lassen und deswegen werden wir jetzt hier eben zu Ende spritzen und werden den dann aufs nächste Feld umsetzen, sodass er alleine arbeiten kann und dann werden wir in der Zeit schon Ballen sammeln. Und dann nebenbei weiterarbeiten. Die Lohnaufträge hier auf der Karte sind ja echt gigantisch, sodass das auch mega honoriert wird, auch wenn das immer ein wenig dauert, aber so können wir uns natürlich auch die nächsten Felder leisten, beziehungsweise auch die nächsten Hallen leisten und was woran ich euch noch erinnern wollte ist, morgen früh, also wenn ihr die voll jetzt am Mittwochabend guckt, morgen früh gibt es einen Livestream übers Ballenpressen auf der Erlengrad. Wer Lust hat da reinzuschauen, kann das gerne machen. Wer die Folge heute morgen gesehen hat von der Erlengrad, es ist ein Traktor im Angebot. Soviel kann ich euch schon mal verraten und das heißt wir werden die Ballen, die wir bei der Biogasanlage eigentlich ja gesammelt haben für die Biogasanlage, die aber leider nicht allzu schnell ist, wenn wir verkaufen, damit wir uns den Traktor leisten können. Genau, dann können wir auch die Flugmission abgeben, Feld 85. Wer jetzt gerade nicht ganz mitkommt im Livestream, haben wir ein bisschen vorgearbeitet und da sind auch einige Missionen bei rumgekommen, die wir erledigt haben. Und jetzt sind wir gerade dabei weiterzumachen und ich hoffe, dass wir die Mission hier auch bald erledigt haben. 63% erst. Weil der Helfer kann ja nur mit bestimmten Winkel alleine fahren und kriegt das auch nicht so ganz auf die Kette, wenn er hier so ein schräges Feld hat. Leider. Aber, ne, werden wir ändern. Am Ende des Livestreams haben wir auch noch so ein bisschen geträumt und da hatten wir uns die Fabriken auch noch angeguckt. Beziehungsweise das Sägewerk, Molkerei, Käserei, was es hier alles auf der Karte gibt. Und in die Fabriken werden wir nächstes Jahr auch gehen. So, was gibt's Neues? Die Silageballen müssen ja erstmal gehen. Die wollte ich am Hof stapeln. Also da ein paar Stapeln machen. Die müssen ja nicht unbedingt überdacht lagern, sondern die sind ja in der Folie und werden dadurch ja nicht nass. Das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt haben wir 67, also das kann noch ein bisschen dauern mit dieser blöden Spritzmission. In der nächsten Saison werden wir uns auf jeden Fall auch noch Tiere holen. Ich denke mal, das werden wir hinkriegen, dass wir so viel Geld erwirtschaftet haben, dass wir relativ schnell in Tiere kommen. Beziehungsweise unsere Fahrzeuge auch relativ schnell bekommen und unseren Hof erweitern können. Und da ihr ja hier auch so fleißig seid und einschaltet, gibt's hier von der Patenburg heute Abend um 20 Uhr auch noch eine Bonus-Folge. Wer Lust hat, kann da rein schalten, wenn man denn die Zeit hat. Und auch die Lust natürlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Und auch die Folgen guckt. So, die zwei, drei kleinen Fusseln haben wir noch so mitgenommen. Vielleicht die nächste Bahn. Ja, ansonsten war diese Spritzmission dicht beim Händler eher so für den Po, weil das erledigt er ja leider nicht von selbst. Ansonsten, wenn ihr von der Patenburg gerne jeden Tag eine Folge haben möchtet, weil ihr das gerne schaut. Oder wir gerne schneller weiter vorankommen möchten, sollen, wollen würden. Wäre es einmal lieb, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ansonsten bleibt der Plan so wie er ist. Das gleiche ist auf der Niemandsland, wenn ihr da auch täglich eine Folge haben wollt, weil ihr das Projekt bzw. die Map gerne verfolgt. Dann einmal bitte reinschreiben und dann wird ich das in Angriff nehmen. Aber das liegt in eurer Hand, ob ihr das gerne möchtet oder nicht. So, ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden. Wie das so läuft auf den einzelnen Karten. Also auf der Ehrengerad kommen wir ja eigentlich ganz gut voran. Da ist bloß die Wiese so groß, dass ich die gerne mit euch zusammen fertig machen wollen würde. Ich weiß, das ist recht früh, wo ich streame, aber da habe ich dann eine freie Bahn. Da schlafen alle noch. Und dann habe ich da auch Ruhe und kann da belassen bleiben. Das finde ich ganz angenehm. Klar stört es mich jetzt nicht, wenn meine Frau daneben sitzt und ich streame oder so. Oder wenn ein Kind da sitzt und ich nehme eben schnell nochmal eine Folge auf. Das geht noch, aber wenn dann alle Kinder immer rein und raus rennen, hier aus dem Zimmer, dann finde ich das doch schon recht störend. Und sobald die Kinder wach sind, kümmere ich mich eher um meine Kinder als hier noch sehr viele Folgen aufzunehmen. Da hat einfach meine Familie einen höheren Stellenwert. Weil, wie gesagt, ich mache das ja alles hier hobbymäßig. So, die Bahn auch schon mal. Dann geht es jetzt hier weiter. 79. 70. Ja, das ist halt so ein wenig Kiese. Ansonsten hätte ich aber auch mal wieder Lust, auf den Niemandsland zu streamen. Oder auch mal abends um 20 Uhr, aber das, da ich den kleinsten von uns immer noch ins Bett bringe. Wäre das so ein wenig schwierig. Wird sicherlich auch irgendwann mal vorkommen. Wer mich da abonniert hat, beziehungsweise auch die Glocke aktiviert hat, der wird ja benachrichtigt, sobald ich da irgendwie was auf meinem Kanal gemacht habe. oder mache. Die Leute haben dann ein wenig mehr Glück, als die mich nur so verfolgen. So, mit dem Fleckchen auch noch. Dann machen wir hier hinten gleich weiter. Dann könnten wir eigentlich gleich, wenn das Feld hier fertig ist, nochmal zum Händler und wieder die Spritze auffüllen. Da haben wir doch schon jede Menge Herbizid aus Feld gebracht. Wie viel Prozent? 84. Ja, ansonsten ist der andere Traktor auch fleißig am Flügen. Da haben wir ja noch, ja, zwei Missionen, die er auch noch machen kann. Und dann suchen wir uns für ihn die nächste Aufgabe. Ansonsten sparen wir ja gerade für einen Drescher. Da wollte ich ja was ganz, ganz Großes haben. Weil das ist ja auch eine riesen Map mit riesigen Feldern. Entschuldigung, also wirklich einen großen Drescher. Den Ideal, den haben wir ja schon auf der Niemandsland. Das heißt, der Ideal wird es hier auf der Karte nicht, sondern eher, also New Holland haben wir ja auf der Elm Creek, das heißt New Holland wird es auch nicht. Dann bleiben ja gar nicht mehr so viele große. Könnt ihr ja mal eigentlich raten, welcher das wird. Oder ihr lasst euch einfach überraschen, welchen großen Drescher wir uns denn da kaufen. Gibt es wieder, ja es gibt ein paar Angebote. Aber den kleinen Dolz-Drescher, na was heißt klein, ich hätte beinahe gesagt einen mittleren Dolz-Drescher. Den würde ich mir jetzt auch nicht kaufen für so riesige Felder. Vor allem denn nicht, wenn wir damit auch Lohner Aufträge machen wollen. Beziehungsweise würde ich gerne probieren, ob die hier auch funktionieren. Oder ob die auch manchmal genauso bescheiden sind, wie auf den Standardkarten. wie viel Prozent haben wir denn jetzt? 90. Das nähert sich dem Ende, Gott sei Dank. So. Machen wir hier gleich weiter. Allerdings hier mit einem Baumwollernter rüberfahren, das hätt auch was. Hier wird ganz jetzt einiges an Baumwolle runterkommen. Beziehungsweise auch einiges an Geld denn eingenommen werden, wenn man das Feld denn besitzt. Dann müssen wir mal gucken, wo haben wir noch nicht gespritzt. Ja. Im mittleren Teil. Ich hoffe, man versteht mich jetzt ein wenig besser, auch wenn ich gerade beim Traktor bin. Ich habe die Traktor-Lautstärke einfach mal ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe, das hilft ein wenig. Wieso willst du nicht mehr fahren? Gut, weil ich vorne den Fronttank runtergemacht habe. Das war auch empfehlen. Ich habe mir aber ein Soundsystem bestellt, was hoffentlich besser ist. Das dauert jetzt allerdings noch ein, zwei Tage, bis das hier ist und angeschlossen ist. Von daher hoffe ich, dass ihr auch so damit noch leben könnt, dass ich ein bisschen leiser bin. Aber jetzt direkt schreien, dann ist meine Stimme auch bald weg. Das muss auch nicht unbedingt sein. Ja, da aktualisierst du dich mal. Liebe Karte. 93 Prozent. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist dober, dober. Ja, den Livestream von der Elm Creek, den wird es erst morgen geben als Folge. Da ist der Flug schon wieder fertig. Wer Lust hat, da nochmal reinzuschalten, freue ich mich natürlich drüber. Also das wird die Folge denn dementsprechend morgen sein. Die 30, ist die 30 da in der Nähe, wo der Flug ist? Nee. Hier ist die 29, wo ist denn die... Da ist die 30, doch ist es in der Nähe. Ähm. Die 63 ist... Sonst auch noch, wo stehen die 63? Da, 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 da. Hier ist die 60. Wo ist denn die 63? Ja, aha. Da unten ganz. Gut, dann machen wir die 30 als nächste Mission für den Flug. Einmal angenommen. Dann fahren wir den eben zur 30 hin. Und machen danach gleich weiter. Mit dem Spritzen. Die Mission möchte ich auch gerne beendet haben. Das nervt so ein bisschen, wenn der Hilfer nicht alleine arbeiten kann. Dann füllt sich aber unser Kontostand doch recht schnell wieder. Finde ich. Da ist der Schlippfeld 30. Das ist ja wunderbar. Dann setzen wir den hier einmal wieder an. Und spritzen den Rest eben schnell, ne? Und danach geht's los. Ballen pressen, äh, nicht Ballen pressen, sondern Ballen sammeln. Die möchte ich nämlich auch von der Wiese runter haben. Dass wir die einmal pflügen können. Also ein bisschen größer pflügen können. Dass wir da auch einen Helfer drauf setzen können. Bei Mähen, Schwaden, etc. Und ich glaube, die muss ja sogar gepflügt werden einmal. Da werden wir aber dann auch wieder Gras aussehen. So. So. Und gut finde ich das ja immer noch, dass die hintere Achse immer noch mit lenkt. auch wenn das manchmal nervig ist. Ich finde es trotzdem noch recht gut. 97 Prozent, Gott sei Dank schon. Dann dürfen wir ja gleich auch schon fertig sein. So, gute Frau. Wann sagst du, wir sind fertig? 99. 99. Jawohl. Da haben wir es doch. 23.000 mehr. So. Dann fahren wir jetzt aber noch einmal kurz zum Händler und füllen die Spritze wieder auf. Bevor wir die, auch wo wir können die auch jetzt. Ähm, wir sind ja hier bei Feld 72. Haben wir noch andere Felder in der Nähe? Die 71 zum Beispiel. Wo ist denn die 71? Die ist weiter weg oder was? Die 71 ist da unten. Aber die ist schön gerade. Da wird vielleicht noch das Herbizid reichen. Dann fahren wir zu 71. Und spritzen das eben schnell, auch wenn es da nicht so viel Geld gibt. Das ist aber nicht so tragisch. So, dann würde ich nochmal einen Schluck Kaffee nehmen. Da bin ich gespannt, wie wir da jetzt hinkommen. Da wird oben wieder gepoltert, das heißt man kleiner wird auch aufgestanden sein. Der muss hier nächste Woche auf wieder zur Schule. Und da ist die 71. 50. Na, was heißt kleines Feld? Ist ja doch schon relativ groß hier. Obwohl mit unserer Arbeitsbreite dürfte das auch alles zu machen sein. So, dann bedanke ich mich aber bei euch, dass ihr auch wieder fleißig zugeschaut habt. Ich freue mich auf die Bonus-Folge mit euch, wenn ihr da auch wieder reinschalten wollt um 20 Uhr. Wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Bis dahin. Ciao, ciao.